Und willkommen zurück an derselben Stelle. Wir werden jetzt gleich mal auf die Karte gucken. Wir sind sozusagen immer noch im Tutorial hier. Wir gehen jetzt einfach mal da hin. Sie durch den U-Bahn-Tunnel ins Gebäude. Sie müssen da reingehen und den Schaden in Grenzen halten. Ja, das können wir doch hin. Kann man jetzt doch... ...wege erweitern ihre Werkzeugkassen-Situationen. Ja, Fähigkeiten. Ich würde ja gerne das Schild... ...gesagt. Ja, jetzt haben wir das Schild doch. Das ist schön. Ich finde, das Schild ist eigentlich sehr praktisch. Talente gibt es noch nicht. Wir werden aber jetzt auch gleich nochmal... ...hier hin und das hier... ...mal ein bisschen... ...Schalldämpfer ausstatten. Das ist nicht mehr so laut. So, was anderes haben wir auch, glaube ich, noch nicht. Naja, was anderes haben wir nicht. Lieber es nicht. Wir haben noch... ...ne neue Rüstung. ...die können wir schon mal anziehen und wir haben... ...ein Schutzpaket. Ich dachte, sie gehören zu den Guten. Ich habe nichts gemacht. Ich bin hier nur hingelaufen. Das ist sowieso der Stichwort. Man weiß ja gar nicht, ob man einer von den Guten ist. Also wir sind ja ein... ...Agent, der aktiviert worden ist. Eine Art Schläferagent. Wir kursieren jetzt ja im Internet Gerüchte. Wegen, dass das die ganze Seuche von der Regierung geplant war. Und dass wir sozusagen... ...die Eingreiftruppe der Regierung sind, die... ...halt so tun, als ob sie gut sind. Indem wir halt der Zivilbevölkerung in dem Sinne helfen, dass wir denen... ...hut schutz anbieten, dafür... ...kuschen zu halten. Wir stehen halt über allen. Natürlich haben wir auch unsere Befehle. Aber man weiß es nicht. Vielleicht werden wir es im Laufe... ...des Spiels herausfinden. Wir können natürlich ein bisschen hier rumgucken. Zum Beispiel hier kann man hoch. Warum man auch immer hier hoch kann. Gibt es hier oben da etwas zu finden? Kann man hier hoch? Nein. Oder doch? Nein. Fragt sich, warum man hier hoch kann. Vielleicht sehe ich auch irgendwas. Man weiß es nicht. Wann ich auch schnell runter? Ja. Sehr schön. Ah, gehen wir mal weiter zur Mission. Kommt auch gleich mal das Schild zum Einsatz. Wir sollen jetzt hier in den U-Bahn-Tunneln hier rein. Jetzt erstmal bewusst auf Musik verzichtet. Im Hintergrund. Weil ich finde, die Atmosphäre von der Spiele ist an sich schon super. Da kann sich nicht in die Deckung gehen. Das ist ein Grell und Hell hier. Und auch diese Kreusche. Also vom Wasser hier unten bin ich toll. Mal Angst, irgendwas zu übersehen hier. Ich bin nicht in die Deckung. Ich bin nicht in die Deckung. Ich bin nicht in die Deckung. Warnung. Feindpräsenz entdeckt. Ja. Benutzt ja eh keiner mehr. Nur wertlose Münzen. Scheiße! Nehmen wir es langsam an. Du bist tot. Also die ist auch schon zu mir. Geht genau. Die war wirklich so traut. Nein. Ja. Holt euch das Arschloch. Jetzt hab ich das. Jetzt hab ich das mitgebaut. Oder das Schild irgendwie nicht mehr. Vielleicht haben wir das gar nicht zu sehen. Weil mein Möchens. Geht genau. Gegner neutralisiert. Durchsuchen wir euch doch mal. Was hast du denn schönes? Oh, eine M9. Ja, ja. Ich werd euch gleich retten. Einmal hier umschauen. Hier ist ein Rucksack. Und das ist zwar. Das haben sie sehr gut gemacht, Agent. Endlich auf. Vielen Dank. Ich bin für sie da. Jederzeit und überall. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Jetzt Schupe 2. Hm. Erschützende Panzerweste. Das sieht doch schön aus. Die werden wir auch gleich mal anlegen. Ich finde, da kann man jetzt nicht großartig was sehen. Aussehen haben wir auch noch nichts gefunden. Ja. Das war dann auch schon die zweite Einführungsmission. Oh, hier müssen wir uns vielleicht runter. Ne, wir können doch wahrscheinlich auch hier einfach hochkledern. Dann werden wir natürlich die letzte Mission auch noch mal angehen. Die wir hier noch so haben. Agent, diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Wir haben Schmerzpatienten, die die Medikamente brauchen. Versuchen Sie, die Kiste zu bergen. Ja, das werden wir wohl hinkriegen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob sich das lohnt hier generell mal. Oh, da hinten ist eine Kiste. So wie es ausschaut. Mauer. Uh, eine MP5 haben wir ja. Naja gut, haben wir ja auch. Gucken, ob die besser ist. Shitgun. Oh, nee, ist. A4. Macht ein bisschen mehr Schaden. Aber nicht wesentlich mehr. Ah, dann werden wir erstmal unsere andere aktiviert hier. Ah, dann werden wir schon mal. Ach. Ah. 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 Ah, ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht. so jetzt werden wir aber doch noch mal das schild was soll denn ja das letzte da hinten schütze hat rüstung darum dass man gelb schaden neutralisiert aber nichts man bekommt dann einfach vorräte zur abholung markiert informiert wir nähen uns jetzt ihrer position kommen Ah, das sind die alle Alex? Ja, mal beobachten, ob ihr alle Alex weiß. Das ist immer der, der stirbt. Dann nehmen wir wieder das Schild raus hier. Toll, dann ist es eigentlich ein bisschen das Schild. Oh, wie der kommt immer. Ich weiß gar nicht, wie man zuschlägt. Ich komme dann reichlich. Gute Arbeit, Agent. Jetzt können die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten. Gegen Sie möchte ich nicht kämpfen. Ne, ne? Das ist auch besser so. Ich weiß nicht, was wir ohne Sie getan hätten. Jetzt nochmal wieder zurückgehen und da fortschritt. Fortschritt mit Teil. Okay. Vielen Dank für all die Leben, die Sie gerettet haben. Kommen Sie doch mal wieder vorbei. Wir haben hier was für Sie. Jetzt bin ich ja sehr schön. Ich bin einfach zu früh. Ich werde feind. Tut mir leid, ich habe nur angezuckt. So. Alles kaputt machen? Nein. Kann man das Glas zu machen? So. Sehr schön. Hier reinschauen. Ich bin dann ja nicht mehr. Wir räumen nur ein bisschen auf. Oh, hier ist nichts zum Aufräumen. Wie es dann weitergeht und was der Herr uns da drin erzählen wird. Das werden wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folie rausfinden. Da hinten müssen wir hin. Und dann sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.